Guten Morgen. Ich weiß nicht, was mit der Welt los ist, ob sich alles schneller dreht. Aber es ist schon wieder Montag. Oh, geht jetzt schnell immer. Schon wieder Montag. Ich wünschte mir, es wäre noch vorgestern. Weil dann hätten wir deinen Tag noch nicht durch. Oh, das geht viel zu schnell. Naja. Auf zur Schule. Wieder mal. 7.59 Uhr, ich bin schon wieder zu Hause. Gleich. Wir haben einen Platz mit ihm. Heute ging es mal super schnell. Unglaublich. Kaffee. Kaffee Pause. Kaffee. Da müssen wir mal Lüfter anmachen, das ist ja furchtbar. Guten Morgen, liebe Leute. Los geht's. Montag, wie gesagt, ist es schon wieder. Ich bin verwundert, wie schnell das geht in letzter Zeit. Umso älter ich werde, umso schneller verfliegt die Zeit. Das haben die Alten früher immer gesagt. Jetzt bin ich selber alt. Und ich muss sagen, sie hatten recht. Wir haben ja erst einen Ausflug gemacht. Und ich habe mein ganzes Werkzeug mitgenommen. Weil irgendwie finde ich meine, jetzt sehe ich sie. Mein Multitool nicht, jetzt sehe ich die da stehen. Also, Schläuche hatte ich bei. Für jeden, der Räder heen. Das ist natürlich schon eine Menge. Kettenhüter. Und mein ganzes andere Werkzeug. Das brauche ich natürlich. Das brauche ich natürlich hier. Aber jetzt ist es auch wichtig, das beizuhaben. Das haben wir ja gesehen. Wo ich keins bei hatte, hatte ich eine Panne. Sonst habe ich ja selten eine Panne. Immer wegen kein Werkzeug. Heute im Fahrradsalon. Bremsscheibenaufnahme ist lose. Komplett. Warum auch immer. Hier. Das war total lose hier. Bremssattel, total lose. Wunder mich, dass das nicht funktioniert, ey. Ständer fest. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt schraube ich drüben den Gepäckträger ab und schraube den hier ran. Der schöne Tubus. Ich bin so ein Klumpier. 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 Ach manch, ey. Das wird ja richtig los hier, Leute. bremsen haben wir schaltung haben wir funktioniert zieg noch ein paar schrauben nach und das war dann mit dem check rostiert altet pijo das war ein bisschen aufpumpen werden die gute dame möchte ein trendige fahrrad haben das fahrrad ist ja nicht mehr gut genug sie möchte jetzt im trend mit schwimmen sagen wir mal so also wollen sie will was alle haben wollen sie will schmale reifen haben ist doch ein peugeot muss man doch ein rennrad draus machen und so aber das ist ein peugeot eigentlich ein peugeotourenrad deswegen kann man nicht so einfach ein rennrad daraus machen ohne größeren umbau bei peugeotourenrädern sind zu breite felgen verbaut du kannst keine schmalen reifen auf diese breiten felgen machen die würden dann runterspringen du kannst du nicht ordentlich aufpumpen du hast keine ordentlichen federungen die felgen würden oft durchschlagen bei bordschalenkanten und so und deswegen müssen wir schmalere laufräder nehmen zumal der total marsch ist hier überall streichen locker und so weiter und soweit der zahnkratz sieht ja nicht mehr sieht ja nicht mehr zu bewegen also da muss einmal alles neu schaltwerk ist verbogen ich lode draht dessen ist ein hoffund oder so sieht echt aus wie im hoffund und jetzt wird aufgebaut werden naja der tommi macht jetzt schon jetzt aber auch eine lichtanlage dran die eigentlich wunderschön ist bei peugeotouren aber die man dann nicht mehr nutzen kann also nur noch bedingt weil natürlich diese rennrad bereifung hat keine lauffläche für dynamo vorgesehen dafür vorgesehen die laufräder werden geordert wird jetzt soweit vorbereitet mehr und mehr kann ich jetzt nicht machen und so hängt es in die ecke und warte bis morgen bis die laufräder da sind junge junge schlechte junge der geld spielt keine rolle auftrag geht in die nächste runde und zwar habe ich es immer noch nicht geschafft jetzt hier zu lösen das ist ja ärgerlich also finde ich keine chance so wird kann ich natürlich nicht drin lassen also geht der aufbau weiter oh mann, oh mann, oh mann mann, ich habe die nicht in schwarz bestellt die fähige jetzt ist in schwarz da ich muss das eben einbauen erstmal wenn nicht dann tausche ich es nochmal um ist mir auch real wenn es ihm nicht gefällt das ist vielleicht auch nicht so schlecht das hat das so geil bunt aber hinten eine schwarze vorne eine silberne ist ja die gleiche qualität das ist ja nicht so schlimm aber warum die fand ich dann jetzt schwarz aus Lübeck haben sie auch nichts anderes mehr da gehabt wie auch immer ich baue die ein mal filmst ja gar nicht mehr so hier ja hinterher hat das drin ja 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 Vadim Allhunger Bremse gesagt wurde, GES Fixie Bremse, Seitenzug Fixie Hinterrad und Vorderrad muss man natürlich umbauen um die FÜT-Hinterrad oder Vorderrad eben verwenden zu können viel mehr FÜT-Vorderrad müsste man die umbauen Nehmen sie aus der Verpackung und sehen hier, dass es führt Hinterrad. So funktioniert das nicht. Mitgeliefert wird so eine lange Achse für die Hinterradmontage. Gabelmontage sozusagen. Also müssen wir das ausbauen. So, ich löse diese Mutti, dann löse ich diese Mutti, das ist ja nur eine Kontamutti, wissen wir ja. Dann diese Scheibe. Der zweite Armwurf. Abdeck. So, heute habe ich jetzt alles nebenbei gemacht. Ich meine es nicht quatsche. Jetzt passt es auch durch die Gabel. Ich bau an. Ich bau an. Ich bau an. Okay, jetzt kommt noch ein Lenkerband neu gewickelt und dann ist es fertig. Dann haben wir die Bremsen gemacht, die Gabel gemacht, einen anderen Steuersatz drin, Senkerband, zwei Bremszüge neu. Die Wendel neu. Die Beinlaufräder neu. Kette neu. Zahnkranz neu. Zahnkranz neu. Schaltzug. Einer neu. Alles neu. Wahnsinnsrad. Gucken wir mal, wie es aussieht nach dem Wickel. Ob ich das jetzt schaffe. Mit EMA durch. Mal schauen. Mal schauen. Okay. 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 So. Ja, Mensch, geil. Gefällt mir selber richtig gut. Ah, finde ich das schön. Wenn die Dinger fertig sind, dann fehlen die mir richtig gut. Cool. Was für ein geile dran. Das würde sich auf alle Fälle mal lohnen, wenn das Ding hier wirklich mal irgendwann ja nicht mehr geht. Dass man dann zum Schlosser geht und das rausbauen. Rausarbeiten lässt. Ich habe noch bestimmt eine richtig geile Werkzeug, irgendwie irgendwas Spannwerkzeug oder so, um zu einspannen und dann zack raus und gut. Und wenn es nur ein richtig scharfes Schraubstock ist. Einen richtig scharfen Backen. So. Räschi greifen und dann immer knack. Jetzt sind ja offen. Ja. Meiner ist noch ein bisschen abgelutscht. Der funktioniert dann leider nicht mehr. Cool. Fertig. Geile Meile. Kann ich anrufen, kann er Probe fahren. Kann ich anrufen, kann er Probe fahren. Gefällt mir, gefällt mir. Mir gefällt es. Gefällt es geil. Typische Elina Trashrad. Aber geil. Anrufen kann ich gar nicht. Der Guter, der kein Telefon hat. Er meinte. Nur Whatsapp. Ja, kommt doch morgen vorbei. Okay. Kommt doch morgen. Jetzt haben wir hier den Scheck. Nach dem Scheck. Ich muss schon sagen, ich habe selten so eine ausgeschlagene Gabel gesehen. Jetzt nach 250 Kilometern fahren. Was ist denn da passiert, ey? Ist das halt nach oben gerutscht hier? Jetzt gucken wir uns mal an. Hallo. Ja. Wo dunkel ist. Ah. Es war dunkel, ja. Ja. Ich wollte fragen, hast du ein klitzekleines Kinderrad? Wie geht das denn klitzeklein? Ja, für meine Tochter, die drei. Süß. Und ich suche eigentlich so ein bisschen Niveau. Ein altes. Also nicht so ein Pucki, sondern so eins, was man so schön findet. Ein Crossi habe ich noch. Komisch. Das sieht für mich ein bisschen so aus, wie X3 macht, um zu sehen, ob ich es sehe oder so. Weiter ist da dran nichts an dem Ding. Vorne die Schrauben werde ich noch mal kontrollieren. Am Vorbau. Die habe ich jetzt gerade glatt vergessen vor lauter Aufregung. Aber hey. Das andere sieht ein bisschen. Entweder hat jemand probiert die Gabel auszubauen. Inklusive Vorderrad. oder es ist einfach auf den Fischraum geworden. Das ist ja auch wieder zu gewesen. Komisch irgendwie. Komisch. Ich habe mir was ausgedacht. Drum habe ich etwas mitgebracht. Und zwar Griffe. Griffe völlig kontraproduktiv bauen. selber bauen. Stecken aus einfach nur Metallring. Und da gibt es von Clarks gibt es diese Abschlussklemmringe. Einzelnen zu kaufen. Das ist jetzt nur ein Versuch von mir. Vielleicht funktioniert es. Und vielleicht ist es jetzt sogar ganz geil. Schauen wir mal. Ich habe ein paar mitgebracht. Ganz wenige blaue gibt es nur. Das ist schade. Jetzt rück mal den Linker. Ja. Wird die drücken. Hi. Ich wollte fragen ob sie meinen Manschel und Schlauchwitzeln fänden. Und so ein Antiklack reifend hochmachen. Ja, 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 ja. So ist. Do you think I should use this one? Huh? In terms of I can't find any punch in this one. Ah. Do you think this will be okay? Ja, sure. You have to use this one. Okay. Yeah. You don't have to change every time you have a flat tire. You can not change this. Only the inner tube you have to change. irgendwie finde ich heute nicht drin ins geschäft also das ist jetzt der griff in so ne ach mach ich mich weh verkauf kostet ein paar 3 euro 21 euro ja was sagt ihr dazu wie findet ihr den griff ich meine das griff maße auf alle fälle ist natürlich sehr cruiser mäßig sowieso ist nicht bequem ist so ein bisschen so hart hardcore ein bisschen pimp das ist schon ein gold kriegen wir den komplett links rechts die griffe und in rot links rechts die griffe oder eben gemischt schwarz wäre noch geil schwarz rot gold in deutschland aber schwarz gibt es gerade nicht warum auch immer was sagt ihr dazu wie findet ihr es natürlich wieder die funktion dass das abfedert irgendwie die stöße dämpft noch die funktion dass das irgendwie in schweiß auf nimmt oder so wird es einfach nur etz etz hart ok also ein checkup beim tokaido schöne tokaido mit frontfreilauf das wird schon mal sehen wunderschöne fahrrad und hier unten ab ist und hier hoch und hier hinten lose ist also hier muss man das schauen hier drüben vierte schraube und hier oben sind die schrauben auch locker dann ist er hier abgebrochen oder raus ausgebrochen aus der führung und da ist eine ganze Menge zu machen also wir fangen mal an beim Gepäckträger dementsprechend Schutzblech zu biegen ich würde gerne mal ganz langsam das war zu weit von dem tokaido also der zug hinten müsste eigentlich noch mal in tauscht werden der bremszug der ist noch nicht hundertprozentig ansonsten sind beide laufräder zentriert alles aufgepumpt alles festgeschraubt ein brems ein schaltzug erneuert weil ging ja nicht mehr anders und ja schauen wir mal wer da kommt hallo na hallo na wie klappt mit dem banal Rad? welchen Rad warten? von dem groben Rad Rad jetzt sind so viele hier ok, wieder das dauert jo banalität hinter Rad klappt machen wir mal schnell bei einem Viva Riser sehr schönes Rad hat das auch mal in der Vermietung ist ja quasi ein Heim wie sagt man ein Heimspiel zack könnte eigentlich auch immer alles selber machen natürlich gerade so ein Schlauchwechsel oder sowas zack 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 mit dem mit der Brust drücken ein bmw braucht nur ein bremsbelag für die runter kann man nicht mehr brauchen einmal neu ein